In diesem Video möchten wir die Vorteile von unseren externen Bewegungsmeldern für unsere Kameras Ihnen etwas näher bringen. Dazu schauen wir uns die Funktionsweise von einem herkömmlichen integrierten Bewegungsmelder einer Netzwerkkamera an. Diese achtet auf Kontrastunterschiede im Bild. Sobald ein solcher Unterschied wahrgenommen wird, wird der Alarm ausgelöst. Diese Erkennung funktioniert sehr gut. Leider viel zu gut. Bei Tieren, die von dem Infrarotlicht angezogen und stark angestrahlt werden. Selbst winzige Spinnweben führen nachts zu einer Auslösung der integrierten Bewegungserkennung. Bei starkem Regen ist eine dauerhafte Auslösung ebenfalls nicht selten. So kann es vorkommen, dass nachts viele tausende Bilder oder Videos aufgenommen werden, obwohl kein Mensch sich vor der Kamera bewegt hat. Unsere externen Bewegungsmelder funktionieren über ein Pier und Mikrowelle. Sie können sich die Funktionsweise wie bei einer Außenlampe vorstellen. Diese geht ebenfalls nicht bei kleinen Insekten oder gar Regen an. Unsere Lösungen folgen demselben Prinzip. Durch moderne Mikrowellen wird der Fehlannahme bis auf ein Minimum reduziert. Der Bewegungsmelder wird einfach mit dem Alarmeingang der Kamera verbunden. Und die lästigen Fehlannahme sind Geschichte. Für weitere Informationen zu dem Thema besuchen Sie unseren Onlineshop unter alarm.de.